Wenn die 100 Personen aus Wirtschaft, Politik, Polizei ihr Geld pünktlich erhalten, dann ist alles gut. Wenn nicht, dann nicht. Und da frag ich mich, was ihr drei Genies davon wisst. Jo, Digga, was geht? Zwei für dich, Bruder. Irgendjemand hat den wohlenden Typ gesteckt. Da kamen zwei von außerhalb, die standen nicht auf unserer Gehaltsliste. Kendo! Ich könnte ja jetzt was sagen, aber ich lasse es lieber. Was erzählst du denn für ein Scheiß, Digga, du Pussy? Ich hab's immer die gleiche Leier. Zur gleichen Zeit müssen die dann wohl gekommen sein. Das waren Profis, ohne Scheiß. Halleluja! Kilo! Ugh! Uh! Ah! ARD Text im Auftrag von Funk